Halli hallo hallö schon meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu Portal Niiiice Ich bin der Onkel und wir werden am Statt des Herrn Nero und der Noxi Yo! Yo! Und warte geht's! Ja, wir sind auch in dem... ähm... Purpurnen Wälder Genau, genau da Man nennt mich auch Erna mit dem purpurnen Werner Ja! Oh, wieder so ein Scheißvieh! Ah, wir haben Portal gefunden Wir brauchen aber, glaub ich, Noxi dazu Ich wollte mal gucken, wo sind wir jetzt eigentlich? Achso, wir sind unten! Äh, ja, äh, ich bin auf dem Weg Soll ich mich durch? Ne, ich bomb mich durch von oben Alles gut Ja, macht halt wieder alles kaputt Nein! Schei... Mist! Kann nur, äh... Ich kann nicht direkt unter mich schießen Oh... Och, wo sitze ich die denn hin? Was ist das denn für ne Kacke? Das frage ich mich sowieso bei dir Guck jetzt, wo ich die hingesetzt habe Hier oben irgendwo an der Decke Das Setzen ist manchmal nicht so einfach Nö, ist nix mehr. Naja, mach mal den Rest. Drei Stück. Fünf hast du gesetzt. Na, der Rest ist, äh, dann hab ich's wahrscheinlich irgendwie verpeilt. Der Rest ist random. Random? Random. Warte, was? Rest! Pief, piep, puff. Soll ich schon reingehen? Ja, hier gibt's ja nix gescheites. Wir haben im Kopf vor allem mehr als genug. Grünender Frost ist klar. Äh, Forst. War fast richtig. Was, Forst? Aber... Was auch so grünender Frost. Frost, Frosch. Mein Gott. Beam me up. Oh, Level 10. Forst. Äh, Moment. Cooler, 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 aber... Warte, 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 Level 10. Achso, warte, warte, Level 10, wie der hatte. Äh, warte, hatte du dir da. Ja, gut, das ist halt Level 10 jetzt, ne? Und wo ist Limbo? Jaaaa, sure. Jaaaa, sure. Jaaaa. Boah, ich bin nur froh, dass ich mein alt Charakter nicht mehr hab, so kämen jetzt irgendwelche Reaktionen von euch. Und... Ja? Cooler. Naja, mein alter Charakter, die Jacqueline, war ja schwarz. Und... Das war halt... Hallo! Das... Das erste, was man halt farmen kann, war Baumwolle. Das... Das war halt nicht unbedingt so. Ähm... Ja. Na? Wir wissen, was du meinst. Jaaaa, es... Es ist... Ähm... Ach, so wird man halt sich einfach... Denk es mal, dass wir wissen, was du meinst. Ja, ist ja... Ist ja auch egal. Du Nazi! Ich... Ich... Warte... Er hat erstmal die Nazi-Keule raus, weißt du. Warum sagst du einmal, dass man als Schwarzer auch mal Baumwolle pflücken kann, am Anfang des Spiels. Das... Das war das überhaupt kein... Komisch. Komisch. Äh... Komisch. Kuhmist! Denk dran, auch in jedem Optimisten steckt Mist. Cool, was legst du hier alles mit? Oh, Alter! Ah! 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 Der Dicke hat mir erstmal eine reingezwiebelt. Mann, Mann, Mann. Mann, Mann, Mann. Mann, Mann, Mann. Mann, Mann, Mann. Mann, Mann. Mann, Mann. Mann, Mann. Mann, Mann. Ich bin im Loch. Was ist denn das hier für ein Kack? Wo? Ach ne, das ist ein Türmsche. Das Türmsche ist ganz gut. Türmsche. 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 Türmsche mit Schürmsche. Und du wollm schon auf... Ne. Ah, super. Das ist ein Würmsche auf dem Türmsche mit dem Schürmsche und am Ömsche. Junge, das Ding kommt aus Hesse. Kommt ein Türmsche mit dem Schürmsche und am Ömsche vom Türmsche. Oh Mann, ey. Ich war hier zuerst und Noxy hat schon wieder alles kaputt gemacht. Ich hab ein Portal gebunden. Ich hab ein Portal gebunden. Aua. Achso, ich wollte ja gucken, ob ich euch heilen kann. Warte mal, Onkel. Warte mal, Onkel. Warte mal. Aul, 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 aul. Hab ich dich geheilt? Ach du auch? Ach cool, dann geht das ab. Ich hab keine Ahnung, ob ich vorher nicht durchgehalten war. Das ist jetzt so ein Problem. Ach, ernsthaft. Ach man, oh. Was denn? Ach. Wenn die Kamera ein bisschen doof ist und ich will irgendwas setzen, setz das Ding hin an mir. So. Ähm. Es gibt nur einen Weg. Ja, es gibt nur einen Weg. Wollen wir erst noch erkunden oder wollen wir weiter? Ja, ich denke wir wollen Kohle. Hier gab's Kohle. Ja, deswegen erstmal weitergucken. Kohle, 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 Kohle. Kohle, 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 Kohle. Das artet hier schon wieder in einem rumgeren... In einem... In einem... Wie heißt's? Oh, runne, 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 runne. Speedrun. Ah, das ist doch doof. Open and speedrun by Minecraft. Ach nööööööööööö. Dunkel. Ich mag Dunkelheit nicht in dem Spiel. Dunkel? 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 Dunkel ist dunkel. Denkeran. Alle Tiere heißen Dangeros. All animal... All animals are dangerous. Dangerous. Denk... Scheiße, warte mal. Äh... 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 Noxli? Noxli? Wo ist? wo ich er hier ist aber auch noch ein Portal hier oben, also es gibt hier insgesamt drei Port- nee, vor uns war ja unten zwei Port- nein, es gibt noch ein einziges zwei Port- beziehungsweise eins zurück und eins vor nein, das zurück, wir kommen doch mal, kann wir, hä? ist doch Quark Onkel Make Love Not Warcraft huuuu ich mach die Welt wie es mir gefällt na 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 du weißt jetzt schon, dass das gerade eine Nena Melodie mit hier, das ist eigentlich das Zurück-Portal ich von hier komme, das ist doch Quatsch, hier gibt es zwei Portale in dem, in dem es kann kein zwei Portale geben, Onkel ach doch, klar, eins nach oben noch ja, ist gut, eh ist gut, eh ist gut äh, Onkel warte, warte, ich, das war jetzt aber Noxy der hat Scheiße erzählt Noxy weil, da gibt es keine Portale zurück ich mach die Welt wie es mir gefällt heil mich ich find das nur lustig, dass ihr immer diese diese Nena Melodie mit Pippi Langstrumpf vereinigt was? heil mich! das ist Pippi Langstrumpf Text, ich mach die Welt wie es mir gefällt heil mich! das interessiert mich doch nicht die Melodie, wie du machst, ist Nena ich weiß nicht, ob das funktioniert äh, ich, ich kann nicht Lebensfugte bereits voll ich, kann um, kann ich echt nur mich selbst heilen? warte mal stellt 40% Leben wieder her ja so, kommt mal zu mir ich weiß nicht, ob es geht probier oh, ganz kleines bisschen hab ich gekriegt ohhhh wie sagst du, was kriegst du Nero nicht? man weiß, Nero, Nero halt willst du was sagen? hehehehe ist halt Nero, braucht doch nix hier, äh, Kenners was los, Alter? ich, ähm Kohle hier, guckt mal zu mir was ist denn da? nicht kommen, gucken ich hab Selbstwortgedanken leb wohl what the ah was ist das ganz so lustig, wie du da runter sprichst oder sprichst das, das das war voll knapp, ich dachte eigentlich ich natt's wirklich weg ähm ja, hier unten gibt's doch immer noch äh, Kisten in so'n Zeug ja, und Kohle, aber Gott ist das dunkel ich hab doch hier ich hab ganz vergessen, dass es noch diese Abschirmungen hier unten gab Alter, hier ist volles Kohle-Gipfel das bestimmt der K9 ah, warte mal, ich hatte auch irgendwo Fackeln ja, ich hab da ein paar Fackeln, Kinder wie schnell das ist ich da unten ins Dunkel und sagt ey, es ist dunkel es kam zu überraschend, ich dachte nicht, dass es so dunkel wäre ich hab da eine blöde Fackel rauszuhalten, duißt du? oh Mist was macht ihr denn? macht ihr denn schon wieder alles kaputt? was ist das hier? ich zerstücke gerade Giftmaden Onkel, das ist Kohle, Onkel 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 was wollt ihr denn ständig von mir? was ist denn nur? meine Fresse Onkel Onkel ich find' ich hole yeah, Level 9 Level 10 Kot die Wand an ist das schön hier ey, man muss doch mal sagen, ich kann mal hier war ein Loch ich muss doch mal sagen, ich kann aber nix schöneres vorstellen als mit euch irgendwas gemeinsam zu machen das muss doch mal gesagt werden warum? oh, 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 oh hä, wie, wie, warum? oh, ihr Kind ist schön warum? was soll die Frage Onkel? ich will dich unge- ich will dich mehr ungeleisen hi Chris hi Rivano na what the fuck? das ist zu viel, das ist zu viel, das ist zu viel Simon Borst Simon, Horst, Chris Günther ja, ich glaub hier unten ist nix ich geh mal wieder hoch doch jetzt hier hinten geht's ja weiter im Moment da ist n Loch Onkel ja, da kannst du aberikle Dorsch ich will jetzt kein Dorsch essen, ich hab keine Hunger hehehe wirst ey unsere Brücke unsere Brücke basiert auf Kohle das ist das ist nicht gut Onkel das ist nicht gut was ey, direkt neben unserer Brücke ist Koh- ach Mann, da ist Kohle denke grad, da ist Coca-Cola ich kann mir langsam vor wie schilden man nennt mich auch sarata ist klar ich gebe ab ich treffe an meinem boden ich weiß noch ich hab dich schon in real life gesehen hast du eigentlich schon mal fluch der karibik geguckt warum da gibt es auch einen der heißt lieferstriebe bill da gibt es auch ein der heißt lieferstriebe bill stiefelriebel ja lieferstriebe will warum hat er eigentlich die ganze zeit erde weg ich verstehe das nicht weil da oben kohle war ach du bist auch kohle danke ich habe jetzt 64 mal kohle was ich habe 18 bestehen doch aus kohle ja richtig kohle ich habe kohle verstanden das weiß ich aber das hat keinen sinn warum unser prügel aus kohle versteht er besteht entsteht denn man der prügel besteht nicht aus kohle das hat aber gerade behauptet man das ist mir doch unsere brücke besteht teils aus kohle was drei kohle vorkommen ist an unserer brücke wo du gebaut hast mein gott unsere brücke ich habe ich habe brügel verstanden unser prügel da habe ich überlegt das bestellt ist doch holz prügel gehabt du hast also holz prügel wie taugt der eigentlich weil er sah so aus wie 47 schütze so gut mein prügel besteht aus kohle die abstehen mal Prozent oder so mehr kohle und warum hängt das eigentlich alles nur im abgrund zur scheiße kongeln was denn kongeln ab sofort unser kohle Onkel die kongeln ich weiß gar nichts ich stammel nicht mehr ich laufe wahrscheinlich immer an kohle vorbei weil ihr hämmert ständig was ist das hier eigentlich was denn wo sind wir denn jetzt eigentlich keine ahnung wo wir absinnt du kurz vorm sterben hallo ich dachte immer das heißt delirium aber ok derilium ist ein bischof aus iridium und derilium wir sind ja in einer übelst geilen höhle habt ihr schon mitgecheckt ne habt ihr nicht kohle doch klar aber das bringt ja nichts ich suche kohle keine höhle ja aber man kann sich doch auch mal ne also ich finde auch schön wenn es mal schön aussieht du findest schön wenn es schön aussieht alter ich hab ja ein maden fest ja schön dann tanzt doch mit tanzt das madenwürmchen fest genau ja ich kann sie machen ddddddd ich hab die madenwürmchen ist hier ein portal weil du wahrscheinlich unter einem portal bist ach du bist auch noch ein portal du bist auch so bürgstoff oh god au aua auai ich bin der beste magiao ever weg hahaha und tschüss ahaha ich hab auch endlich mal DLC ich hab auch endlich mal kohle Hey, Onkelkohle! Ja, ist doch schön, der kauft ja fast. Und du tanzt deinen Madentanz. Ähm, ja, der geht. Eww. Und außer Bekloppt umgeben. Toll. Nein, nur von einem Bekloppt und einem Menschen, der einen Madentanz tanzt mit Kastagnetten. Wo ist das Problem? Wie willst du jetzt sagen, dass ich bekloppt bin und du nicht, oder was? Also na, Noxy, das ist jetzt gerade... Ja, du feuerst doch, dass du einen Euro hast. Das hab ich doch gar nicht gesagt. Doch, du hast gesagt, du hast keine Kohle. Ich krieg gleich Kohle. Warum? Du bist auch so Kohle. Ich hab Kohle gefunden. Kohle, 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 Kohle. Kohle, Kohle, Schuppi, du. Tup, 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 tup. Kohle, Kohle. Tup, 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 tup. Ah, Madel. Hallo, du Madel. Na, du geiles Stück. Lust zu Maden. Auf uns immer zu beleidigen, Noxy. Ihr seid die liebevollsten Maden, die ich mir nur vorstellen kann. Erst beleidigen und dann schleimen. Das kann man leiden. Ja, Madenschleimen. Jetzt ist die ganze Kohle in den Abgrund geflogen. Ich glaub es nicht. Ja, so geht das. Aber Onkel, du weißt ja wie das ist. Wenn's schön ist, sollst du aufhören. Hat eigentlich einer mal überlegt, wie wir wieder rauskommen? Ja, indem wir nach Hause reisen. Wieso machst du dir das Leben eigentlich immer so einfach? Was soll das? Weil das Leben einfach einfach ist. Echt? Ich dachte zwar, wenn's einfach einfach ist, kann man das einfach einfach umcamblen. Einfach einfach einfach. Ich liebe mein Leben. Das Leben ist toll. Was? Das Leben ist toll. Euch Bekloppten kennengelernt zu haben. Das gibt es keiner was. Achso, ich dachte, da kommt's. Euch Bekloppten kennengelernt zu haben. Das schickt mich aufs Leben. Ja, gut, das reicht noch. Wir bräuchten nicht. Und was haben Sie in Ihrem Leben erreicht? Ich hab die da kennengelernt. Hallo. Ja, geil. Aber, 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 aber. So, jetzt noch mal. Ich bin wieder oben. Da oben. Da oben. Da oben. Da oben. Da oben. Da oben. Wär's Uwe. Wär's Uwe. Owe, nicht Uwe. Er ist kein Uwe. So, ich hab... Also ich hab hier kein... Nein, ich heiß auch nicht Kai Uwe. Was ist denn los mit dir hier? Also ich bin jetzt hier einfach in den Burgeingang gegangen und ich hab mich jetzt einfach durch den Fels gedingst und bin jetzt im Bums. Du hast gedingst und dann bist du gebumst? Alles klar. Onkel legt hart an. Ich bin auch oben. Das wollte ich damit sagen. Ich baue Stein ab. Ich baue Schleim ab. Ich baue Nerven ab. Ich baue Niveau ab. Okay. Denk dran. Niveau wo nie Niveau war. Onkel baue wir Niveau. Niveau wo nie Niveau war. So. Und das Niveau never divider wurde war. Blau ist portal steil. Nein. Niveau wo nie Niveau war. Ist ein Album. Niveau wo nie Niveau war. Ist auch bloß Stromausfall. Was? 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 Wo ist Stromausfall? Negerüberfall. Negerüberfall. Negerüberfall? Was? Alter. Negerüberfall ist auch bloß Stromausfall habe ich gesagt. Ongel Rassist? Nein. Kennst du das nicht? Von Onkel Junge? Nein? Hä? Von wem? Onkel Hötter. Nein? Oh mein Gott. Onkel red Deutsch mit uns. Wir kommen auf den Westen. Wir hatten sowas nicht. Wir hatten sowas nicht. Du kennst den Kalkofe nicht, oder was? Ach so. Der hat Onkel Hötte gemacht. Und der hat, da saß mit seinem Freund im Wohnzimmer, hat gequatscht, da war auf einmal Stromausfall. Oh scheiße, Negerüberfall. Da kommen die Neger mit ihrer Dauze und zuppen uns die ganzen Radische weg. Weißt du was wir machen, Rüdiger? Wir nehmen Tzatziki und schmeißen die Neger wieder weiß, damit man die im Dunkeln sieht. Damit man die im Dunkeln wieder sieht. Alter. Boah, ist das stumpf, ey. Das ist cool, ey. Boah, schon ist keiner mit der Umgekunft. Ich stelle dich mir gerade so vor, direkt ne, du bist so ein Eimer, so ein Zicki, so ein Zehnliter Eimer im Notfall gerüstet. Lippertsatz, Zicki und schmeißen die Neger wieder weiß. Alter, ist das doof. Boah, ich sehe nichts mehr, ey. Boah, das war so doof, ey. So, gut. Ähm, Onkel weiß Bescheid, ne. Äh, ist fertig. So, lass das mal wieder zurückreißen, wenn man in der Tasche sind voll. Aber erst in der nächsten Folge. Nur wieder so weit, Heide Maria. Königliches Wissen erhöht die von besiegten Gegnern erhalten Erfahrung 30%. Ja. Du kannst natürlich erst mal die Folge beenden, bevor der Königliches aneignet ist. Seid ihr fertig eigentlich mit, seid ihr fertig eigentlich mit hier, äh, abbauen und so? Bin nie fertig, aber ja. Ist alles, was ich hier abbaue, sind Nerven und Fett. Okay, meine lieben Freunde, dann würde ich sagen, beenden wir hier mit die Folge und sehen uns dann im nächsten Part wieder. und, ja, bis dahin. Tschüss. Tschüss. Auf Wiedersehen. Boah.